Hallo, willkommen auf unserem heutigen Kanal. Wir präsentieren Ihnen 15 Bautechnologien, die ein neues Niveau erreicht haben. Und zwar bitte bleiben Sie bis zum Ende dieses Videos, damit Sie es nicht verpassen. Nummer 15 Schallschutz Nun, es geht nur um Materialien. Bei der Schalldämmung kommen spezielle Materialien zum Einsatz, die Schallwellen absorbieren, reflektieren oder sogar ableiten. Stellen Sie sich das wie eine Ninja vor, der eingehende Angriffe stillschweigend abwehrt. Diese Materialien können alles sein, von schweren Vorhängen und dicken Teppichen bis hin zu speziellen Schaumstoffplatten oder sogar Doppelglasfenstern. Die kurze Antwort, überall dort, wo Sie Ruhe und Frieden wünschen. Ob zu Hause, im Büro, im Studio oder sogar in Ihrem Auto, Schalldämmung kann fast überall installiert werden. Neben dem offensichtlichen Vorteil, eine ruhigere Umgebung zu genießen, kann Schalldämmung auch die Klangqualität in einem Raum verbessern. Durch die Reduzierung von Echos und Hintergrundgeräuschen können Gespräche klarer, Musik angenehmer und Aufnahmen professioneller gestaltet werden. Aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied in unserem täglichen Leben. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, entspannen oder einfach nur die Ruhe genießen möchten. Die Schalldämmung ist der heimliche Held, der Ihnen den Rücken frei hält. Nummer 14. Steinfix Ja, das hast du richtig gehört. Steinfix ist so etwas wie der Superheld beim Reparieren von Rissen und Spalten im Beton. Egal, ob es sich um Ihre Einfahrt, Ihren Gehweg oder sogar Ihren Kellerboden handelt, dieses Zeug wirkt Wunder. Nun, es geht nur um die Wissenschaft, meine Freunde. Diese magische Formel reagiert mit den Mineralien im Beton und schafft eine superstarke Verbindung, die so hart wie Nägel ist. Es dient nicht nur der Reparatur von Rissen. Mit Steinfix können Sie Bolzen und Schrauben in Beton, Stein und sogar Ziegel verankern. Es ist, als hätten Sie Ihren persönlichen Handwerker in einer Flasche. Sie müssen kein Heimwerker-Experte sein, um Steinfix zu verwenden. Reinigen Sie einfach die Oberfläche, tragen Sie die Lösung auf und lassen Sie sie einwirken. Keine Unordnung, keine Aufregung, einfach gute Arbeit. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Wochenend-Enthusiast sind, Steinfix ist Ihre Lösung für alle Ihre Beton-Reparaturanforderungen. Vertrauen Sie mir, wenn Sie es einmal ausprobiert haben, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne es gelebt haben. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Wochenend-Enthusiast sind, Steinfix ist Ihre Lösung für alle Ihre Beton-Reparaturanforderungen. Vertrauen Sie mir, wenn Sie es einmal ausprobiert haben, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne es gelebt haben. Nummer 13. Bollix BQS Stellen Sie sich ein Material vor, das nicht nur stark, sondern auch leicht ist. Das ist Bollix BQS für Sie. Egal, ob Sie Ihr Zuhause renovieren oder an einem Großprojekt arbeiten, dieses Zeug verändert das Spiel. Der Umgang mit schweren Materialien verlangsamt den Prozess und belastet Ihren Rücken. Aber mit Bollix BQS verabschieden Sie sich von all diesem Ärger. Es ist wie der Superheld unter den Baumaterialien stark genug für die Arbeit, aber leicht genug, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Bollix BQS ist nicht nur ein One-Trick-Pony. Oh nein, ob Sie Wände, Decken oder Böden bauen, dieses Zeug kann alles. Und das Beste daran, es ist super einfach, damit zu arbeiten, auch für Anfänger. Wissen Sie, dass manche Materialien ein Albtraum sein können, wenn es um die Wartung geht? Nicht Bollix BQS. Es ist wartungsarm, sodass Sie sich nach der Installation zurücklehnen und entspannen können. Eine ständige Wartung ist nicht erforderlich. Die Bollix BQS Konstruktion auf den Punkt gebracht. Leicht, langlebig, vielseitig und wartungsarm. Nummer 12. Durisol Bukobran Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihr Zuhause nicht nur ein Zufluchtsort, sondern eine Festung gegen Lärm, Wetter und Zeit selbst ist. Wir stellen Ihnen Durisol Bukobran vor. Das revolutionäre Baumaterial, das die Spielregeln für Hausbesitzer auf der ganzen Welt verändert. Durisol Bukobran ist kein gewöhnlicher Baustoff. Es ist eine Kombination aus Beton- und Holzfasern, die für unübertroffene Haltbarkeit und Isolierung sorgt. Durisol Bukobran-Blöcke sind einfach zu verarbeiten und unglaublich vielseitig. Ob Sie ein gemütliches Ferienhaus oder ein weitläufiges Herrenhaus bauen, Durisol Bukobran passt sich Ihren Bedürfnissen an. Aber die wahre Magie von Durisol Bukobran liegt in seiner Fähigkeit, unerwünschte Geräusche auszublenden. Verabschieden Sie sich von lauten Nachbarn, Verkehr und Baulärm. Mit Durisol Bukobran sind Ruhe und Frieden nur eine Mauer entfernt. Und es geht nicht nur um Komfort. Durisol Bukobran ist auch umweltfreundlich, da es aus nachhaltigen Materialien hergestellt wird, die Ihren CO2, Fußabdruck, reduzieren und dazu beitragen, den Planeten für zukünftige Generationen zu bewahren. Egal, ob Sie Ihr Traumhaus bauen oder Ihren aktuellen Raum renovieren, wählen Sie Durisol Bukobran als Baumaterial, das ebenso stark wie nachhaltig ist. Nummer 10 Next Stone Trademark Slate Stone Two-teilige Pfostenabdeckungen Sie verändern das Spiel. Stellen Sie sich die klassische, zeitlose Schönheit von Schieferstein nahtlos vor, in Kombination mit der Haltbarkeit und einfachen Installation von Polyurethin. Das ist die Magie der two-teiligen Pfostenabdeckung von Next Stone Trademark Slate Stone. Stück Kuchen Sie müssen keinen Fachmann beauftragen. Sie können es im Handumdrehen selbst erledigen. Schieben Sie einfach die beiden Teile zusammen, lassen Sie sie einrasten und voila! Sie haben eine atemberaubende, robuste Pfostenabdeckung erhalten, die dem Test der Zeit standhält. Die two-teiligen Pfostenabdeckungen von Next Stone Trademark Slate Stone sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Verabschieden Sie sich von Fäulnis, Rissbildung oder Verblassen. Diese Abdeckungen sind so konstruiert, dass Sie allem standhalten, was Mutter Natur Ihnen in den Weg stellt, sodass Sie Ihre Outdoor-Oase noch viele Jahre lang genießen können. Mit einer Vielzahl von Farben und Stilen können Sie Ihren Außenbereich individuell an Ihren Geschmack und Ihre Persönlichkeit anpassen. Egal ob Sie den rustikalen Charme von Slate Stone Brown oder die schlichte Eleganz von Slate Stone Midnight Ash bevorzugen, es gibt für jede Ästhetik die perfekte Kombination. Betrachten Sie es als Ihren treuen Begleiter, wenn es darum geht, Risse und Lücken abzudichten. Es ist wie der Superheld unter den Dichtstoffen, der eingreift, um den Tag zu retten und die Dinge wasserdicht und sicher zu halten. Ob Sie Ihre Badezimmerfliesen reparieren, Ihr Dach ausbessern oder Ihre Fenster abdichten, Ombran W. ist Ihre Lösung der Wahl. Es lässt sich leicht auftragen, klebt wie Klebstoff und bildet eine dauerhafte Barriere gegen Feuchtigkeit und Undichtigkeiten. Es trocknet schnell, sodass Sie Ihren Raum im Handumdrehen wieder genießen können. Kein stundenlanges Warten mehr, mit Ombran. W. können Sie im Handumdrehen wieder wie gewohnt weitermachen. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Heimwerker sind oder einfach nur ein paar Heimwerkerprojekte in Angriff nehmen möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit Ombran W. eindecken. Es ist die Geheimwaffe, die Sie für alle Ihre Dichtungsaufgaben in Ihrem Arsenal brauchen. Vielen Dank für Ihr Interesse und denken Sie daran. Wenn es um die Versiegelung geht, akzeptieren Sie keine Ersatzstoffe. Ombran W. ist der Hammer. Nr. 9. Laia Tipushaz Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit dem Zwitschern der Vögel auf, umgeben von der ruhigen Schönheit der Natur. Das ist der Zauber von Laia Tipushaz, eine Oase der Ruhe inmitten der Natur. Treten Sie ein und Sie werden von einer Symphonie aus Texturen und Farben begrüßt, die sorgfältig zusammengestellt wurden, um ein Gefühl von Wärme und Harmonie zu vermitteln. Von weichen Sofas bis hin zu rustikalen Holzakzenten. Und vergessen wir nicht das Herzstück des Hauses, die Küche. Hier erwarten Sie kulinarische Abenteuer, während Sie inmitten des Charmes des Landlebens. Ihre Lieblingsrezepte zaubern. Aber die Magie endet nicht drinnen. Treten Sie hinaus und Sie werden eine Welt voller natürlicher Schönheit entdecken, die darauf wartet, erkundet zu werden. Von ruhigen Gärten bis hin zu einer bezaubernden Terrasse, die sich perfekt zum Essen im Freien eignet, sind die Außenbereiche im Laia Tipushaz eine Erweiterung seines gemütlichen Charmes. Wenn Sie also bereit sind, der Hektik des Stadtlebens zu entfliehen und die einfachen Freuden des Landlebens zu genießen, sind Sie bei Laia Tipushaz genau richtig. Nummer 7 Slimfix RenoPro Du hast es richtig gehört. Es ist Zeit, sich von den veralteten Wänden zu verabschieden und mit Slimfix RenoPro einen frischen, modernen Look zu genießen. Ganz gleich, ob es sich um rissige Wände, abblätternde Farbe oder einfach nur um einen Raum handelt, der etwas mehr Liebe braucht, Slimfix RenoPro ist für Sie da. Unser Team aus erfahrenen Renovierern ist darauf spezialisiert, ihre Vision Wand für Wand in die Realität umzusetzen. Ich könnte mit den Ergebnissen nicht zufriedener sein. Slimfix RenoPro hat mein tristes Wohnzimmer in einen lebendigen Raum verwandelt, den ich allen meinen Freunden und meiner Familie voller Stolz präsentieren kann. Aber das ist nicht alles. Slimfix RenoPro bietet von Anfang bis Ende ein problemloses Erlebnis. Unser freundliches Team wird bei jedem Schritt mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Renovierungsträume wahr werden, ohne die Bank zu sprengen. Dank unserer hochmodernen Materialien und innovativen Techniken können Sie darauf vertrauen, dass Ihr neu renovierter Raum den Test der Zeit bestehen wird. Wir hätten nie gedacht, dass unsere Küche so toll aussehen könnte. Dank Slimfix RenoPro haben wir jetzt die Küche unserer Träume. Nummer 8 Permacolumn Registered Trademark vorgefertigte Sockelleisten Stellen Sie sich ein Fundamentsystem vor, das nicht nur unglaublich stark, sondern auch witterungsbeständig ist und ein Leben lang hält. Das ist die Magie der vorgefertigten Permacolumn Registered Trademark Sockelleisten. Diese bösen Jungs sind für die Bewältigung der härtesten Herausforderungen konzipiert, von der Unterstützung massiver Strukturen bis hin zur Bewältigung härtester Bedingungen. Ich bin schon seit Jahren im Geschäft und ich kann Ihnen sagen, Permacolumn Registered Trademark Precast Sockelbretter haben die Art und Weise, wie wir bauen, revolutioniert. Die Haltbarkeit und einfache Installation sind unübertroffen. Für jemanden, der in Regionen arbeitet, die anfällig für Feuchtigkeit und Thermiten sind, ist die Tatsache, dass Permacolumn Registered Trademark Fertigteilsockelbretter gegen beides beständig sind, von entscheidender Bedeutung. Es spart uns Zeit und Geld bei späteren Reparaturen. Diese Sockelleisten sind nicht nur unglaublich langlebig, sondern auch unglaublich vielseitig. Ganz gleich, ob sie ein Wohnhaus oder ein Gewerbeobjekt bauen. Nummer 6. Arzo Marmorsteinbrüche Die Marmorbrüche von Arzo sind seit Jahrhunderten ein Symbol für Exzellenz. Hier extrahieren erfahrene Handwerker sorgfältig Marmorblöcke aus der Erde, von denen jeder Einzelne ein Zeugnis der geologischen Wunder ist, die unter unseren Füßen liegen. Die Geschichte des Arzo Marmors reicht bis in die Antike zurück, als Kaiser und Architekten gleichermaßen nach seiner zeitlosen Schönheit suchten. Von der Pracht des Römischen Reiches bis zu den Meisterwerken der Renaissance von Michelangelo, Heute wird die Tradition fortgeführt, in dem Kunsthandwerker diese Rohblöcke zu exquisiten Skulpturen, Arbeitsplatten und architektonischen Wunderwerken formen. Mit Präzision und Hingabe, aber Arzo Marmor ist mehr als nur ein Material. Es ist eine Landschaft voller Wunder. Die Steinbrüche selbst sind ein unvergesslicher Anblick. Denn ihre hoch aufragenden Klippen und schimmernden Teiche spiegeln die Schönheit der umliegenden Landschaft wieder. Jeder Block, den wir herausnehmen, jede Skulptur, die wir schnitzen, ist eine Hommage an die Generationen von Handwerkern, die vor uns kamen. Nummer 5 Betontex-System Stellen Sie sich vor, die Festigkeit von traditionellem Beton mit der Flexibilität von Textilien zu kombinieren. Das ist die Magie von Betontex. Es ist wie der Superheld unter den Baumaterialien und bietet unübertroffene Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Die Schönheit von Betontex liegt in seiner Vielseitigkeit. Es kann in jede beliebige Form gebracht werden und eignet sich daher ideal für gekrümmte Oberflächen und komplexe Strukturen. Seine leichte Beschaffenheit reduziert die Bauzeit und Kosten, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Aber warten Sie, es gibt noch mehr. Bei Betontex geht es nicht nur um Stärke und Flexibilität. Außerdem ist es umweltfreundlich. Durch die Reduzierung von Materialverschwendung und Energieverbrauch ebnet Betontex den Weg für eine grünere Zukunft. Wir haben das Betontex-System für unser neuestes Projekt verwendet und die Ergebnisse übertrafen unsere Erwartungen. Es ist ein Gamechanger in der Baubranche. Ganz gleich, ob Sie Bauunternehmer, Architekt oder einfach jemand sind, der Innovation schätzt, merken Sie sich einen Namen. Betontex-System Nummer 4 Sika Register Trademark Becker Rotfire Betrachten Sie ist als den stillen Helden ihres Gebäudes gegen Brand gefahren. Es handelt sich um einen flexiblen, komprimierbaren Schaumstoffstab, der speziell zum Füllen von Lücken und Fugen bei Bauprojekten entwickelt wurde. Es breitet sich schnell aus, aber dank Sika Register Trademark Becker Rotfire sind die winzigen Lücken und Fugen, die die Ausbreitung von Flammen und Rauch hätten ermöglichen können, dicht verschlossen, was wertvolle Zeit für die Evakuierung verschafft und den Schaden minimiert. Bei Einwirkung von Feuer dehnt sich Sika Register Trademark Becker Rotfire aus und füllt die Fuge vollständig aus. Dadurch entsteht eine Barriere, die die weitere Ausbreitung von Flammen und Rauch verhindert. Es ist wie ein Feuerwehrmann, der Wache hält und bereit ist, einzugreifen, wenn es am meisten nötig ist. Führen Sie den Stab einfach in das Gelenk ein und achten Sie darauf, dass er festsitzt, aber nicht zu stark zusammengedrückt wird. Anschließend mit kompatiblen Dichtmitteln abdichten und voilà, Sie haben gerade Ihr Gebäude gegen Brandgefahren gesichert. Egal ob Sie einen hoch aufragenden Wolkenkratzer oder ein gemütliches Wohnhaus bauen, merken Sie sich diesen Namen. Sika Registered Trademark Becker Rotfire Bei Sika Registered Trademark Becker Rotfire geht es nicht nur um Brandschutz. Es trägt auch zur Schalldämmung und Wärmedämmung bei und trägt sogar zu Liedpunkten bei. Sprechen Sie über einen Multitasker. Nummer 3. Shock Bowler Registered Trademark Typ F Sie stehen in der Küche und erledigen Multitasking wie ein Profi, als plötzlich das Wasser langsamer abfließt als bei einer Schildkröte beim Sonntagsspaziergang. Das ist die Frustration, oder? Falsch! Hier kommt der Shock Bowler Registered Trademark Typ F ins Spiel, mit seinem revolutionären Design, das jedes Mal eine blitzschnelle Entwässerung gewährleistet. Verabschieden Sie sich von verstopften Waschbecken und freuen Sie sich auf eine problemlose Reinigung dank des einfach zu entnehmenden Korbs. Und hier ist der Klau. Es ist nicht nur praktisch, es ist auch stilvoll. Mit seinem schlanken und modernen Design verleiht der Shock Bowler Registered Trademark Typ F jeder Küche einen Hauch von Eleganz. Aber hey, wir wissen, was Sie denken. Wird es dem Hype wirklich gerecht? Vertrauen Sie mir nicht nur beim Wort. Hier sind einige echte Erfahrungsberichte von glücklichen Shock Bowler Registered Trademark Typ F Benutzern. Ich hätte nie gedacht, dass ein Spülbeckenzubehör einen solchen Unterschied machen kann. Der Shock Bowler Registered Trademark Typ F hat mir so viel Zeit und Mühe gespart. Als jemand, der gerne kocht, aber das Aufräumen hasst, hat der Shock Bowler Registered Trademark Typ F das Spiel revolutioniert. Keine verstopften Waschbecken mehr bedeutet keine Kopfschmerzen mehr. Nummer 2 Ubink Rolux Multiflex Nun, lassen Sie es mich in einfachen Worten für Sie zusammenfassen. Es handelt sich im Grunde um ein flexibles Rohrsystem, das Ihnen das Leben in Bezug auf Belüftung und Kanalisierung erleichtern soll. Betrachten Sie es als den Superhelden des Luftstrommanagements. Eine der coolsten Eigenschaften dieses bösen Jungen ist seine Flexibilität. Egal wie eng oder unhandlich der Platz ist, der Ubink Rolux Multiflex lässt sich biegen und drehen, damit er wie angegossen passt. Verabschieden Sie sich von den frustrierenden Momenten, in denen Sie versuchen, starre Rohre an Ihren Platz zu manövrieren. Und lassen Sie uns über die Installation sprechen. Es ist ein Kinderspiel. Im Ernst, Sie müssen kein Profi sein, um dies einzurichten. Dank des benutzerfreundlichen Designs und der leicht verständlichen Anleitung ist es im Handumdrehen einsatzbereit. Der Ubink Rolux Multiflex ist nicht nur super praktisch, sondern auch auf Langlebigkeit ausgelegt. Da es aus hochwertigen Materialien gefertigt ist, können Sie darauf vertrauen, dass es den Belastungen der Zeit standhält und Ihnen über Jahre hinweg Sicherheit gibt. Ganz gleich, ob Sie Ihre Küche oder Ihr Badezimmer renovieren oder sogar ein neues Hightower Key System einrichten, der Ubink Rolux Multiflex steht Ihnen zur Seite. Nummer 1 Alu-Deckleistenschalung Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine Terrasse oder eine Bodenplatte für ein neues Projekt. Sie brauchen ein stabiles Gerüst, in das Sie Beton gießen können, oder? Hier kommt die Alu-Deckplattenschalung ins Spiel. Sie ist wie das Skelett Ihrer Struktur und bietet Halt und Form, bis der Beton aushärtet. Einfach. Aluminium ist leicht und dennoch unglaublich stabil, was die Handhabung auf der Baustelle erleichtert und gleichzeitig die Haltbarkeit Ihres Projekts gewährleistet. Die Alu-Deckplattenschalung ist ein Wendepunkt in der Baubranche. Sein modularer Aufbau ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage und spart Zeit und Arbeitskosten. Darüber hinaus ermöglicht seine Vielseitigkeit den Einsatz für eine Vielzahl von Projekttypen, von Wohn- bis hin zu Gewerbeprojekten. Die Alu-Deckenschalung ist auf Sicherheit ausgelegt und verfügt über Merkmale wie rutschfeste Oberflächen und sichere Verriegelungsmechanismen, um Unfälle auf der Baustelle zu verhindern. Wir haben für unsere Projekte Alu-Deckplattenschalungen eingesetzt und die Ergebnisse sprechen für sich. Dadurch wurde nicht nur unser Bauprozess rationalisiert, sondern auch die Qualität unserer Bauarbeiten verbessert. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Bauunternehmer sind oder gerade erst anfangen, erwägen Sie die Integration einer Alu-Deckplattenschalung in Ihr nächstes Projekt. Es ist der Schlüssel zur Effizienz, Haltbarkeit und Sicherheit im Bauwesen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind und wenn Ihnen die Themen und Videos gefallen haben, die wir für Sie erstellt haben. Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar unter dem Video, was Ihnen an unserem Kanal gefällt und was nicht abonnieren Sie unseren Kanal, um keine interessanten Themen zu verpassen und geben Sie ein. Gefällt mir. Vielen Dank aus tiefstem Herzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.